Hallo, ich bin der, der Burner. Heute habe ich ein paar Fragen mitgebracht, hier auf den Kopf. Englisch oder Französisch? Was ist das für eine behinderte Frage? Ich gehe mal davon aus, dass es dabei um Sprachen geht und dann eindeutig Englisch, denn Französisch ist absolut die behinderte Sprache überhaupt. Ich musste da mal was von lernen und nein danke. Also Englisch. Dick oder doof? Schon wieder eine behinderte Frage. Also wenn ich mir jetzt aussuchen möchte, ob ich dick oder doof sein soll, dann würde ich ja dick wählen. Aber ich muss auch sagen, ich wäre unglaublich gerne doof. Es ist so viel einfacher, wenn man doof ist. Dann ist man einfach viel leichter glücklich. Gehen wir zur nächsten Frage. Heidi Klum will dich heiraten. Was antwortest du? Nein. Nein. Das ist viel zu stressig. Und sie ist alt. Aber sie hat Geld. Ich muss es ja zugeben. Aber nein. Danke. Kommen wir zur nächsten Frage. Folgst du eher deinem Kopf oder deinem Gefühl? Beides. Aber ich glaube primär insgesamt meinem Kopf. Aber Gefühle sind häufig durchaus auch ausschlaggebend und können den Kopf besiegen. Aber im Allgemeinen eher der Kopf. Ich glaube nicht, dass wir irgendwie Außerirdische unter uns haben oder die schon mal irgendwie bei uns waren oder sowas. Aber ich bin relativ überzeugt davon, dass es irgendwo in den Unendlichkeiten und die Unendlichkeiten sagen es schon alleine vom Wort her. Es ist unendlich viel. Und irgendwo gibt es da auch anderes Leben. Auch wenn es vielleicht noch in Zellform ist oder so. Oder viel weiterentwickelter als wir. Aber ich denke schon, dass irgendwo noch Leben existiert, außer auf der Erde. Tanzverbot oder Excel 95? Eindeutig Tanzverbot. Also dieser Excel. Der geht gar nicht. So ein furchtbarer Typ. Aber Tanzverbot finde ich da auch schon recht sympathisch eigentlich. Er hat ein paar interessante Meinungen, sag ich mal. Aber Tanzverbot ist eigentlich schon ganz witzig. Durch Tanzverbot habe ich das erste Mal den Burger von... Wie heißen die nochmal? Mir wäre jetzt HelloFresh eingefallen, aber das ist falsch. Von HalloPizza. Der Burger von HalloPizza. Den hatte ich einmal bestellt und beim ersten Mal war er so unendlich göttlich. Hatte er vollkommen recht. Der war richtig gut. Leider waren der zweite und dritte nicht so geil. Die waren dann durchgebraten. Aber der erste, der war wirklich der Hammer. Äh... Krassestes PC-Spiel 2018. Ist zwar nicht 2018, aber ich spiele immer noch am liebsten Players Unknown Battlegrounds. Oder Pupke. Bier oder Wein? Das kommt ganz auf den Anlass an. Häufig trinke ich sehr gerne Bier. Aber ich trinke auch sehr gerne ein Glas Wein mit einem Freund. Das würde ich auch nicht verkennen. Cola oder Pepsi? Cola. Eindeutig Cola. Aber ich habe auch letztens gehört von meinem Bekannten, das habe ich noch nicht ausprobiert, dass man, wenn man ein Cuba Libre zum Beispiel machen möchte, mit Pepsi dann den Zucker weglassen kann, weil Pepsi süßer ist. Habe ich aber noch nicht ausprobiert. Aber der sagte, als Barkeeper kann man das sogar auch so machen. Was würdest du Pietro Lombardi gerne mal sagen? Moin. Ich weiß nicht, weil das ist keine Ahnung. Sollte man Fußballspielen verbieten lassen? Warum? Was ist das für eine Frage? Warum zum Teufel sollte man Fußballspielen verbieten? Kommt denn auf so ein Mist? Nein. Bist du spirituell angehaucht? Das nenne ich meine Frage. Ich bin schon der Meinung, dass es da Dinge zwischen Himmel und Erde gibt, die wir nicht verstehen. Als Kind war ich immer beim Warzen besprechen. Und das hat auch echt funktioniert. Und irgendwann, als ich dann im Erwachsenenalter mal eine Warze hatte und beim Arzt war, dann hat er mir so ein Warzenentfernungszeug gegeben. Das habe ich mir dann bei der dritten Anwendung aus Versehen ins Auge geschmiert. Und das hat überhaupt nicht geholfen. Aber das Besprechen war wunderbar. Irgendwas gibt es da durchaus, aber eigentlich bin ich da auch eher... Ich glaube an Dinge, die sich beweisen lassen. Die ich sehen kann. Fühlen kann. Aber es gibt irgendwas. Was war der peinlichste Moment in deinem Leben? Da gibt es so unendlich vieles. Ich bin recht ruhpatschig. Aber... Der peinlichste Moment... Ich glaube, das war, als ich mir nach dem Pullern nicht ordentlich den Penis abgeschüttelt habe. Und ich hatte eine Jogginghose an und sie hatte dann auf einmal einen feuchten Fleck. Auf einem Junggesellenabschied. Fliegen können oder unsichtbar machen. Ich finde beides schon ziemlich cool. Aber als praktisch veranlagter Mensch, denke ich, unsichtbar machen ist schon ziemlich praktisch. Da kann man einfach viel mehr mit anfangen. Obwohl Fliegen auch schon ziemlich geil wäre. Und die Frage ist, wie schnell man sich denn tatsächlich fortbewegen kann. Und überlebt. Aber wenn man ganz schön schnell ist, dann würde ich tatsächlich das wählen. Wäre die Frage teleportieren gewesen, wäre es wahrscheinlich definitiv teleportieren. Facebook, Instagram oder Snapchat? Facebook. Jan Böhmermann oder Joko und Klaas? Also da ich Joko und Klaas einfach abgrundtief scheiße finde. Ganz eindeutig Jan Böhmermann. Vor allem, weil er insgesamt auch echt sehr geile Sachen macht. Nutella mit oder ohne Butter. Eindeutig mit Butter. Wie kann man denn Nutella ohne Butter essen? Sie muss aus dem Kühlschrank kommen. Richtig schön kalt sein. Und dann da die Nutella drauf. Auf ein Brötchen. Ein dunklen Brötchen. Das leckerste Essen, das es gibt. Das ist schwer. Ich mag sehr vieles sehr gerne. Ich esse sehr gerne, wie man sieht. Aber so ein Filet, so ein Rinderfilet, das ist schon das Beste. Optimal natürlich entsprechend von jemandem zubereitet, der das kann. Wer ist schlauer? Männer oder Frauen? Dafür muss man Intelligenz definieren. Ich denke, dass Männer intelligenter sind, Zusammenhänge zu verstehen. Vor allem sachliche oder praktische Zusammenhänge. Deswegen sind sie ja auch dominierend im Handwerk und so. Aber Frauen sind einfach sehr engagiert. Sehr häufig. Die setzen sich dann sehr lange hin und lernen das. Nach Vera Birkenbiel geht es da denn auch um, wie schnell sich da Neutronen verbinden können und so. Aber trotzdem würde ich sagen, dass Männer insgesamt ein bisschen intelligenter sind. Mehr Fragen habe ich leider auch nicht für euch. Damit möchte ich mich dann gerne verabschieden und sagt doch auch mal eure Meinung zu den Fragen. Was hättet ihr vielleicht anders geantwortet? Auf Wiedersehen, ich bin der, der Bodo.